Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Skyrim. Weiter geht's. Soundcheck. Bah. 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 Passt. Auf zum zweiten. Teil. Wie viele waren es? Fünf? Ich hoffe, hier sind nicht allzu viele von den Gegnern. Nah. Ich würde sagen, eher jetzt auf einen Dolch gehen. Ich bin ja im Schleichmodus. So, hier ist nichts. Was ist das für ein langer Gang? Wow. Sind wir außen? Das ist unglaublich. Das ist wie eine ganz andere Welt. Na los. Der Bogen muss irgendwo in diesem Tal sein. Karte. Karte. Oh, hi. Hallo, Troll. Stirb, Troll. Karte. Hier muss ich erstmal alles erkunden. Ich bin ja Podcast. Karte. 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 Hm, muss ich da oben vielleicht hin? Ich scheine näher zu kommen. Willkommen, Initiat. Dies ist der Wegschrein der Sicht. Du siehst ein bisschen komisch aus. Seid ihr bereit, die Mantren von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Das empfangt Auriels Geschenk, mein Kind. Möge es eure Reise zum Allerheiligsten beschleunigen. Lasst uns nach drin gehen oder in eine Höhle, nur weg von hier. Los, öffne dich. Jetzt muss ich erstmal die anderen Sachen gucken, was das für Sachen sind. Okay. Okay. Was ist denn hier los? Hi Hi Danke Oh ja, das hätten wir geschafft Und zwar nur mit Magie Äh, ja Seht ihr das? Einfach fantastisch Mhm Der zweite Weg schreit jetzt aber da hinten Ihr seid am Wegschein des Lernens Ja 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 Jetzt mach's offen Wo ist die Öffnung? Hier? Nein Da Mhm Jetzt ist die Frage Wie komme ich zu den letzten und vorletzten? Oh Es wird verletzelt oder Das ist auf jeden Fall wieder eine Leiter. Dass ich mal wieder hochkraxeln darf. Leiter, Treppe. So, weiter, 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 weiter. Ich komme näher. Interessante Brücke. Oh, ja. Ja. Natürlich. Öffne dich. Jetzt da hinten hin. Automatisch verspeichern. Das kommt hier ja jetzt gerade gelegen, ne? Nö. Weil wir einfach nur auf die Karte gucken. Wo müssen wir dafür hin? Zwei Drachen. Doch, Drachenfall. Oh, oh, er kommt. Oh, der hat viel abgezogen. Ja. Nicht Waffen. Zaubertränke. Ja. Ja. Oke. Ja. 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 Ne. Ja. vinz. Heilung Oho Der hat in sich Ich brauche mal wieder ein bisschen Heilung Verdammt Mit dem Schwanz zerklatscht Zwei Drachen auf einmal ist hart Vor allen Dingen Wenn das so starke Drachen sind Die haben es in sich Gah Ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut Und bis zum nächsten Part